So ihr Lieben, das ist der erste Versuch eines kleinen Erklärvideos von Frau Kreis. Es geht um, wer hätte das gedacht, die Barock-Lyrik. Wichtig bei der Barock-Lyrik ist zu wissen, dass der 30-jährige Krieg quasi über allem stand, mit Tod, Schrecken, Leid und Grausamkeit, den die Menschen dort erlebt haben. Und daraus ist eine wunderbare Epoche, die vor allem für ihre Lyrik bekannt ist, entstanden, mit folgenden Vertretern. Wir haben Andreas Kryfius, den wir schon kennengelernt haben, Martin Opitz, Paul Flemming, den wir noch kennenlernen werden und einen Mann, dessen Namen ich total lustig finde, nämlich Christian Hofmann von Hofmannswaldau. In der Barock-Lyrik herrschen folgende wichtige Motive. Der Gedanke der Vanitas, der Vergänglichkeit. Alle Menschen sind vergänglich, unser Leben kann jederzeit zu Ende sein. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich an Carpe Diem hält, nämlich nutze den Tag, solange das denn möglich ist, weil Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist, auch über allem thront. Da wir uns vor allem mit der Lyrik beschäftigen, gibt es einen Aufbau, nachdem alle Barock-Gedichte aufgebaut sind. Und zwar ist das das Sonett. Das Sonett zeichnet sich durch folgende Kriterien aus, nämlich den Beginn mit zwei Quartetten, Quartetten, das bedeutet zwei Strophen mit je vier Versen, und im Anschluss zwei Terzette, das heißt zwei Strophen mit je drei Versen. Warum wurde das Sonett gewählt? Weil es natürlich eine gewisse Regelhaftigkeit vorgibt, was etwas war, was den Menschen vor allem in der Kriegssituation gefehlt hat. Wichtig bei den Sonetten in der Barock-Lyrik ist die sprachliche Gestaltung. Und das, ihr Lieben, soll jetzt eure Aufgabe sein. Was sind denn Besonderheiten in der sprachlichen Gestaltung? Was fällt euch auf?